Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge On The Way With Sugar Ray. Ich bin hier gerade am Köln, der Hauptbahnhof auf dem Weg nach Erfurt. Dort werde ich in den internationalen Tanztagen Unterricht geben, Locking, Hip-Hop und Braking. Aber erstmal kommt diese lange Fahrt auf uns zu. Wir machen mal einen kleinen Sprung. Ich wette, ihr hattet überhaupt keine Lust, mit mir stundenlang im Zug zu sitzen. Jetzt sind wir aber hier in Erfurt, auch schon direkt in meinem Hotelzimmer. In 20 Minuten fängt auch schon mein Kurs an. Jedenfalls bin ich sehr froh hier zu sein und freue mich auf meine Schüler. Yeah! Denkt daran, dass ihr von rechts nach links tanzt. Denkt Zehnen Als Zehnen Als Als Jetzt Als Ich Puh So Der letzte muss zur Seite weg. Weg und dann halt so weg. Pade, noch eins. Pade, 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 Pade. So, noch mal. Sieben, acht. Vorne, drüber, hinten weg. Pade, 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 Pade. Vorne, drüber, hinten weg. Pade, 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 Pade. Und jetzt kick. Kick, tack, 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 kick, tack. So, Leute. Was machen wir jetzt? Alles von vorne? Alles von vorne. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Du sagst doch gar nichts. Was soll ich denn erzählen? Was meinst du? Was könnte Leuten interessieren? Dankeschön. Dass wir jetzt Locking-Karten und das voll viel Spaß macht und anstrengend ist. Das ist aber richtig geil. Was hast du jetzt schon alles gesagt? Fünf, sechs, sieben, acht. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben. Weiter. Und eins und zwei und drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht. Eins, zwei und drei und vier, fünf und sechs und sieben und acht. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Du bist bist du da, du bist du da, du bist du da. Musik 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 Applaus Musik Applaus So was wolltest du? Wasser, stilles Wasser. Still und kalt? Ja, genau. Still und kalt. Ray ist ganz fleißig. Leroy kommt. Hallo zusammen. Okay, machen wir uns mal bereit. Hey, was machst du hier eigentlich? Ich habe einen Tanz vorbereitet. We love it. Was soll denn das? Also, damit kommen wir gerade jetzt keine Chance. Gesamtsaufnahme sind hier. Tanz ist eine Stufe drüber. Eine Stufe drüber? Oh nein! Mann! Immer das! Und nur zu euch. Also, mit den falschen Zungen habt ihr hier gar keine Chance. Tut mir leid. Ich bin schon mal auf! Ich bin schon mal hier. Ich bin schon mal dran. Ich bin schon mal dran. Und wieder. Ich bin schon mal dran. Ein, ein, ein Ein, 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 ein ein, 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 ein Warum so typisch? Was soll das? Hat dir das jemand erlaubt? Untertitelung des ZDF für funk, 2017